Servus Leute, heute habe ich einen kleinen aber feinen Factory Raid für euch und ja, der war irgendwie was Besonderes. Der setzt sich von meinen üblichen Factory Raids deutlich ab. Warum, will ich euch noch gar nicht verraten. Schaut ihn euch einfach an, der war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich bin übrigens da zu täglich live auf Twitch, twitch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn er mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Schauen wir nach oben, Kommentar unter dem Video hilft immer sehr. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Ja, das mit der Gruppe, das sagen sie schon ewig. Abwarten. So schaut's aus, ja. Oh ja. Langsam schießen der AK und eine Pistole. Und eine Shotgun ist auch am Start. Wer hätte es gedacht? Ich bin schockiert. Ich glaube, der ist tagged in Cursed. Ach du Scheiße. Sound ist jetzt nicht so seins, ne? Ey. Ey. Weiß ich nicht, ging's da, aber ja, oft wird er nicht gebraucht, ne? Ah, ist hier. Oh mein Gott, ey. Der hier ist mit einem Scaf gestorben. Die Pistole ist leer. Wunderschönes Detail, dass die Pistole hier mit dem Schlitten nach hinten hängt, ne? Dude. That's not very nice. I'm friendly. How are you doing? No, you don't want to die. Goddammit, dude. I only have a Makarov. Yeah, you only have a Makarov. You're gonna suffer, you know? What level are you? Three, I think? You're level three. Alright. You have a quest to do? Yeah, I gotta get... What quest? I have to get shotguns, I think. You have to get shotguns. Okay, let's go. We have a look, alright? And don't shoot me in my back, dude. You can't kill me, Viva Makarov. How do I run fast? You probably enabled caps lock. Try shift. Or is anything blacked? Oh yeah, I got it. Alright. Yeah. You can loot everything here. I'll check for a shotgun for you, alright? Ach, ich unterhalte mich jetzt mal mit ihm. No shenanigans, you know? You can come here. There's more. There's more. I can have this one. I'm sorry. I'm sorry. I guess I... Er hat halt null Schaden gemacht. Das ist echt krass. So, alright. You need shotguns. I recommend doing this on Customs, not on Factory. Okay. You can keep that toss you have in your hand. You need it for a quest soon. If it's found in Raid. Holzmuni in der Makarov. Gibt's noch was anderes als Holzmuni? Makarov AP-Muni? Ich... Alright. See, this dude... This dude has a level 4 armor for you. Na, verschenk mal noch ein bisschen Gier. Das hat doch auch was, oder? Dude, you're gonna take everything. I don't need it. He has one of your shotguns, I think. Ah, no. It's a 890. So, ganz gut. Kann er hier ein bisschen looten, ne? Oh, gut. Let's just guess. Wait, there's one more around the corner. Wirklicherweise Taguila. Ah, der ist hier gerade gestorben. Ich hab leider keinen Backpack, sonst würde ich ihn in meinem Backpack droppen, dass er ihn voll machen kann. Alright, let's have a look up, alright? Alright, maybe there's a shotgun. Alright. Alright. Okay, I go up first. You wait lower, just in case. Okay. Alright, let's go. Okay, let's go. Er will nicht. Das hat er nicht kapiert. Der kuschelt gern. Aber er hat mich lieb gewonnen. I can check the save here. Come here, come here. You can loot it. Nice, you need that one. That's really good. You need it soon. Do you need it? No, you need it for your quest soon. Keep it. Don't sell it. Thank you. Flash drive. Alright, then let's get out of here. Let's get out of here. Wait a second. We check if the key spawns here. You can always check here. There's a key spawn. 306 for Shoreline West Wing. Not here right now, but it can spawn there. Okay. All right, let's go. See if anyone is here. Wait a second. Wait a second. Wait a second. Do you see my name in the lower corner? When I greet you? Super friendly. Yeah. You can add me. I will, dude. You're awesome. Thank you so much. Yeah, that's what you get for shooting me with your Makarov. Have a good one. What's your name? Dude, that was like the most successful one I've had. Yeah. That's why I did it. I thought so. War auch ein guter Rate, oder? Ich cancel natürlich mal die Wette, nachdem ich hier unseren kleinen Bambi... Ne? Jetzt töte ihn. Ah, das war der... So richtig bei einer Sekunde noch schön in den Kopf. Hör halt auf. Geil. Ne, 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 ne. We are having you fingers, to get away, to see you again, see you again. We are having ways to get away, to see you again, see you again. Vielen Dank.